Volkspolen und Westdeutschland trafen sich zu einem Fechtländerkampf in Koblenz. Im Fechten auf Säbel traf der westdeutsche Meister Stratmann auf den polnischen Meister Sablowski. In der temperamentvollen Auseinandersetzung wechselten Angriff, Parade und Regenangriff in schneller Folge. Der im Vordergrund kämpfende Stratmann gewann schließlich mit 5 zu 2 Treffern. Im Gesamtergebnis dominierten Technik und Kampferfahrung der Gäste. Volkspolen siegte mit 12 zu 4 Punkten.